50 Jahre Red Dog heisst 50 Jahre Freiwilligenarbeit und das bedeutet auch 50 Jahre Such- und Katastrophenhilfe. Die professionell ausgebildeten Rettungsteams, bestehend aus Hund und Mensch, kommen zum Einsatz, wenn das Unglück schon passiert ist. Da sind wir auch für die Zwischenfälle der nächsten 50 Jahre gewappnet. Es ist mir ein besonderes Anliegen, von Herzen Danke zu sagen für all die Beteiligten bei Red Dog, die im In- und Ausland im Einsatz gestanden sind und auch in Zukunft werden im Einsatz stehen. Alles Gute zum 50-Jahr Jubiläum.